Willkommen an Bord von Walter Reisen in Tragwein, dem Profi in Sachen Personentransporte im Mühlviertel. Ausgestattet mit einem modernen Fuhrpark bietet der Taxibetrieb einen Hohl- und Bringdienst von einem Ort zum anderen. Eine besondere Rundumbetreuung erhalten Sie bei allen Krankentransporten, mit oder ohne Begleitung. Bei Schul- und Kindergartenfahrten aller Art wird dafür gesorgt, dass die Kinder sicher an ihr Ziel gelangen. Auch für Hochzeitsgesellschaften werden sämtliche mobile Angelegenheiten organisiert. Sie planen einen Ausflug? Das hauseigene Reisebüro kennt die unterschiedlichsten Ziele für Ihren Gruppenausflug. Dafür stehen komfortable Busse für 8 bis 82 Personen bereit. Die Mitarbeiter von Walter Reisen nehmen regelmäßig an Fahrtechnikkursen teil und verfügen über weitere Qualifikationen, um Gäste sicher ans Ziel zu bringen. Walter Reisen – Taxidienste und Busreisen, wie man sie nicht alle Tage findet.